Ah. Okay. Auf ein neues. Zum hundertsten Mal. Wir brauchen diesen Behälter. Wer weiß, was die Mistkerle mit dieser Technologie anrichten könnten. Nehmen Sie das Horrorcraft. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Könntest du bitte jetzt den Maul halten? Gieß mir auf den Sack. Ich lade jetzt auf und gehe dann... Ja, das hat mich natürlich gesehen. Es geht sofort auf mich los. Das ist bescheide, Alien. So, ich nehme jetzt das Horrorcraft aufgeschissen. Okay, los. Bleiben Sie an Lee und dem Behälter dran. Nichts darf man aufhalten. Oh Gott. Hier lang? Oh shit. Oh shit, da geht was hoch. Ähm, wohin? Ich habe die Orientierung verloren. Ich nehme an, hier lang. Ah, ich kann ja noch schneller fahren. Schweben oder gleiten oder was auch immer. Ja, ich fahre ja schon. Gleich kommt eine T-Kreuzung. Links abbiegen. Hier? Nicht so leicht mit dem Alien am Genick. Und jetzt? Ich habe sie statt wie eine Rakete. Links abbiegen. Links abbiegen. Ist da, wo der Daumen rechts ist? Und jetzt? Hier lang? Aha. Vor Ihnen ist mein Weg an dem Schiff entlang. An dem Schiff entlang. Okay. Ich nehme an die Mind hier. Da ist der Behälter. Wo? Ups, sorry. Ich bin umgekippt. Ich bin umgekippt. Mensch, fahr schon. Das ist irgendwie nervig. Und jetzt? Da oben? Bleiben. Bleiben Sie an Lee und dem Behälter dran. Ja, wie? Oh. Oh, fuck. Das war's. Puh. Die haben mich abgeschossen. So viel shitfest. Das steuert sich wie scheiße. Was zum Teufel ist das? Im Moment ist die Maschine das Problem der KVH und das sollte möglichst lange so bleiben. Bleiben Sie an Lee und dem Behälter dran. Okay, wir haben ihn wieder verloren. Stoßen Sie zum Eagle-Team, während ich versuche, den Behälter zu rauf. Ja, wo ist das beschissene Team? Wo bin ich? Wo ist das Team? Da links oben? Aber wie soll ich denn da raufkommen? Die meinen wahrscheinlich zu Fuß, oder? Ich nehme mal an, die meinen zu Fuß. Welches Rindvieh schießt ihr da an mit Raketen? Dem werde ich's zeigen. So geht das nämlich nicht. Aha, da. Da sind Treppen. Vielleicht meint er hier lang. Hey, die sind auch getarnt. Oh! Sie sind mir auf den Fersen. Sie müssen sofort herkommen. Sie haben den Kontakt zum anderen Naros-U-Team verloren. Haben Sie was gehört? Okay, wir sind hier oben umzingelt, haben aber eine empfindliche Stelle im Eis gefunden. Der ist drunter, um zu checken, ob er ein Loch zum Nachbartal sprengen kann. Oho, sorry, hab nicht aufgepasst. Was hast du gefaselt? Sind mir die noch auf den Fersen jetzt, oder? Haben sie abgeschüttelt? Ah, Aliens. Ein Haufen Aliens. Hinten die Cyber-Deppen und vor mir Aliens. Wie soll ich denn da rüberkommen? Oho, spring mal. Energie kritisch. Klar, irgendwas ist bei mir immer kritisch. Maximale Panzerung. Kann doch nicht mal einmal was glatt gehen. Immer muss was kritisch sein. Tarnfeld aktiviert. Zeiko, da führt eine Straße durch eine Feldspalte rauf zu uns. Auf der linken Seite des Tals, in dem sie gerade sind. Ich höre schon wieder Spalte. Maximale Panzerung. Feiglinge. Mein Visier ist im Arsch. Kann ich das jetzt irgendwie entfernen? Schalldämpfer. Kein Aufsatz. Ein Laservisier brauche ich schon. Aber das Visier nicht. Ah, besser. Und sie kommen besser an. Was ist denn das? Hey, die Alien. Aliens. Schnuppern am Fahrzeug. Oder das? Oh, das war keine gute Idee. Ich habe sie aufgeweckt. Scheiße, wieso schießen die auf mich? Ah, fuck, 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 fuck. Da sind zu viele. Ich hätte nicht schießen sollen. Ich dachte, ich kann es mit denen aufnehmen. Ich kann es mit denen aufnehmen. Ich kann es mit denen aufnehmen. Sau, Alien. Pfui. Weg da. Keine gute Idee gewesen. Alles kritisch schon wieder. Einen hat es erwischt. Sie haben immer dasselbe Muster, wie sie ausweichen. Noch einer hin. Ein paar, das sind viele. Ich glaube, das ist nicht gedacht, dass ich die hier... Ich sollte vielleicht das Fahrzeug hier... Geht das? Nee, das ist kaputt. Scheiße. Fahrzeug ist im Arsch. Ich dachte, ich könnte da einsteigen. Nein, 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 nein. Wo ist denn der? Der ist vor mir. Oh, fuck. Fuck me. Ich habe keine Munition mehr. Okay. Das war unterhaltsam, aber sinnlos. Haben Sie was gehört? Negativ. Okay, wir sind hier oben umzingelt, haben aber eine empfindliche Stelle im Eis gefunden. Der ist runter, um zu checken, ob er ein Loch zum Nachbartal sprengen kann. Hätten diese Nano-Störgranaten was geholfen? Keine Ahnung. Ich glaube, ich gehe gleich hier außen rum. Oh. Maximale Stärke. Oh. Maximale Panzerung. Vielleicht kann ich an denen vorbeischleichen. Das war nämlich Arschviele. Zehn mindestens. Und nicht mehr. Noch dazu respawnen sie offenbar. Da mache ich einen großen Bogen. Zeiko, da führt eine Straße durch eine Feldspalte rauf zu uns. Auf der linken Seite des Tals, in dem Sie gerade sind. Da haben wir uns verschanzt. Maximale Panzerung. Oh, er hat mich gesehen. Tarnfeld aktiviert. Verdammt noch mal. Maximale Panzerung. Ich weiß auch nicht, können mich die sehen, obwohl ich getarnt bin? Möglich wäre es. Maximale Panzerung. Ohne Maximum Speed rennt er wirklich sehr langsam. Renn ja ich schneller. Okay. Was ist denn das Gerümpel hier? Ah, da sind schon meine Leute. Gott sei Dank. Ich bin vorbeigeschlichen. Ein kluger Mann weiß, wann er zu kämpfen hat und wann nicht. Ach, naja, ich war ihm was schuldig. Willkommen ist, dass er auch fast in einem Stück überlebt. Okay, alle zusammen. Gehen wir. Gauss. Ah, sehr gut. Das ist Munition. Haben Sie einen Weg gefunden? Er hat sich nicht gemeldet. Wir schlagen uns jetzt zu seiner Position durch. Sucht weiter. Splittergranaten. Splittergranaten. Gauss. 40 Schuss. Das ist, glaube ich, mehr. Früher konnte ich, glaube ich, nur 10 Schuss im Original-Spiel. Rausgewehr mit Skar tauschen? Nein. Maschinenpistole mit Skar tauschen. Genau, so geht das. Gut. Hoffentlich sterbe ich jetzt nicht und muss ich wieder alles nochmal einsammeln. War da noch was? Da oben liegt doch noch was. Moment. Maximale Stärke. Uh. Granatwerfer. Naja, aber der hat so wenig Munition. Naja, nee. Das geht nicht. Psycho, nicht schlapp machen. Wir müssen es bis zum Tunnel schaffen. Naja. Ich will nicht. Dann hätte ich überhaupt keine normale Munition. Äh, normales Gewehr. Ich muss nachladen verloren. Wir fänden ihn. Stopp. Oh, so viele. Das sind ganz schön viele. Oder? Nee. Da ist noch einer. Soll ich Munition sparen und... Das ist ja nicht sehr effektiv, meine Kameraden. Wo müssen wir eigentlich hin? Da lang? Der Pfeil zeigt er nach links, aber da geht es nicht weiter. Das wurzelt was eigenartig. Oh, nein, Mensch. Er schießt mich über den Haufen. Friendly Fire. Wo ist das Mistvieh? Ich habe eine Munition mehr! Kontakt, Feuer! Granate! Wo? Hm. Wo geht's lang? Hier. Oh. Was ist da? Was trifft mich? Irgendwas hat mich jetzt getroffen. Wieso? Verdammte Scheiße. Meine Nerven. Sollte manuell speichern, die sie ertrottelten. Speichelpunkte gehen mir am Sack. Ah, leck mich. Ja, wenn du nicht auf ein Milliardstel Millimeter genau zielst. Da ist schon hin. Da ist auch noch ein bisschen ein Schordidiot. Da ist auch noch ein Schordidiot. Da. Also. So, ich müsste hier irgendwo Deckung suchen. Wenn die zwei dicken da ankommen. Die werden hier irgendwo getriggert. Das Fahnenfeld aktiviert. So, wo sind sie? Wo? Ich laufe einfach um den Baum rum. Okay. Ich glaube, das schlaue Segel. Es sind zwei. Das ist das Problem. Uh. Malte Seite. Stürze bitte ab. Ich glaube, eins hat es zu wissen. Das hängt schon im Baum. Sehr gut. Wo ist das andere? Ah, hier. Das ist ja nur so ein kleiner. Keine Panik. Was? Wo? Oh. Ah, da oben ist es. Schwer zu sehen, die Dinger. Ich habe es auch nicht am Radar. Siehst du das? Das ist ziemlich hoch. Schweinskontakt. Schweinskontakt. Ist das wirklich so gewollt, dass sie so hoch fliegen? Ah, jetzt kommt es runter. Na, Gott sei Dank. Kuh. Kuh. Wen? Was? Schon wieder energiekritisch. Was ist das? Das Feuer? Weck mich doch. Handgeschossen. Klaus-Munition. Sehr gut. Was ist das? 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 Au. Meine Sicht ist gestört. Hm. Ich möchte nur wissen, wo die überhaupt sind. Ich sehe überhaupt nichts. Au. Weh. Das gibt es doch nicht. Könnte denn kein Alien erledigen, bitte. Mehr können so nicht sein. Feuer!